Ja hallo und herzlich willkommen liebe Community hier zu einem weiteren Stationeers Tutorial mit mir dem Chris und heute geht es um das Thema Filtration. Ja Filtration ist ein großes Thema in Stationeers, ihr müsst permanent irgendwelche Gase handhaben, unter anderem auch eine Flüssigkeit, nämlich Wasser. Und ja die braucht ihr, die meisten der Gase braucht ihr wirklich sehr dringend, Sauerstoff, CO2 für die Pflanzen, Sauerstoff für euch, Pollutants als Kühlmittel. Ihr braucht Stickstoff um eine gute Atmosphäre in eurer Basis hinzukriegen, ihr braucht natürlich das Wasser für die Pflanzen, ihr braucht H2, also Wasserstoff, Gas um zu schweißen oder die Furnace zu betreiben, den Ofen. Ihr braucht Sauerstoff um den Ofen zu betreiben, also ihr habt mit sehr vielen Gasen zu tun. Und da ist immer die Frage, wie funktioniert das Ganze, kannst du da nicht mal ein Tutorial drüber machen, machen wir jetzt. Also wir haben hier am Eingang, hier ist unser Eingang, hier kommen unsere Gase her, das sind die Gase, egal wo die herkommen, die kommen aus eurer Basis, die kommen wo auch immer her, hier aus eurer Furnace, das zeige ich euch gleich. Irgendwo kommen die Gase her, die ihr filtern wollt. Und stellvertretend jetzt für den Mars filtern wir jetzt erstmal ein paar Gase. Dazu muss ich aber erstmal hier meinen unvorbereiteten Dings nehmen, hier meinen Atmospheric Analyzer. Und da seht ihr, wir holen jetzt aus der Gasatmosphäre des Marses, holen wir jetzt Gase. Ich habe jetzt mal stellvertretend für diese vier Gase, die dort drin sind, habe ich jetzt mal vier Filtrationen aufgebaut. Stickstoff, Pollutants, also Schadstoffe, CO2, Kohlendioxid und O2-Sauerstoff. Und wir ziehen jetzt hier mal ein bisschen Gas vom Planeten an und das soll auch schon reichen. Und wir haben jetzt hier entsprechende Gase. Und was ich jetzt benutze, ist das sogenannte parallele System mit Bypass. Das heißt, hier kommt das, also das ist ja hier, die Rohre sind ja alle miteinander verbunden. Das heißt, hier ist jetzt das Gas drin. Ja, seht ihr, da ist es drin. So, und das ist der Eingang der Filtration, das ist der Ausgang der Filtration und das ist der ungefilterte Ausgang. Das bedeutet, dieses Gasgemisch, was jetzt hier anliegt, trifft auf die Filtration. Die Filtration ist ausgestattet mit O2-Filtern. Das heißt, sie filtert aus diesem hier anliegenden Gas den Sauerstoff heraus, übergibt den an diesen Tank und speichert ihn dort. Alles, was nicht Sauerstoff ist, kommt hier aus dem Ausgang wieder raus und wird wieder in dieses parallele System eingeführt. Damit geht es zum nächsten Filter. Hier liegt das im Filter an, am Eingang, der guckt, ach guck mal, hier ist CO2, filtert das CO2 aus dem Gas raus, gibt den Rest hier wieder raus, geht weiter. So, und so geht es mit allen Gasen. Und der Vorteil dieser parallelen Pipe ist, dass ihr damit nämlich auch keinerlei Probleme mit Drücken oder mit irgendwelchen anderen Sachen bekommt. Denn viele YouTuber, die Let's Plays machen oder auch Tutorials zum Thema Stationiers, sagen das immer wieder falsch. Die sagen nämlich, dieses Parallelsystem ist total blöd, weil damit gehen die Filter schneller kaputt und so. Und das mache ich nicht. Und das ist falsch, denn so ein Filter in Stationiers wird nur dann verbraucht, also der hat jetzt hier 100%, ja, seht ihr hier 100%, der wird nur dann verbraucht, wenn er auch wirklich das Gas filtern muss, für das er gebaut ist. In dem Fall, wenn wir in dieser Gaspipeline keinen Sauerstoff haben, dann geht das Gas hier durch und kommt hier sofort wieder raus, ohne dass der Filter überhaupt benutzt wird. Das heißt, er wird nicht verbraucht. Er verbraucht sich nur dann, wenn er das Gas filtert, was drauf steht, nämlich O2 in dem Fall, Sauerstoff. Der einzige Nachteil, den wir hier haben, ist, dass die Filtrationen alle laufen, dass die Strom verbrauchen. Aber auch da kann man ein bisschen tricksen. Man kann nämlich hier in der Eingangspipe einen sogenannten Pipe Analyzer einbauen. Das ist ein elektrisches Bauteil, was die Bestandteile des Rohrgases bestimmen kann. Und mit diesen Bestandteilen können wir dann mit einem IC10-Chip entscheiden, welche Filtration soll laufen. Wenn wir in diesem Rohr keinen Sauerstoff haben, dann muss auch die Sauerstofffiltration ja gar nicht laufen. Das heißt, wir schalten sie gar nicht an. Ist in dem Rohr aber Sauerstoff drin und nichts anderes, laufen alle anderen nicht und nur die läuft. Und zu diesem Thema werde ich nochmal ein extra Video machen mit dieser Filtration, die wir jetzt hier sehen. Da werden wir dann nochmal ein Tutorial machen zum Thema IC10. Wie mache ich das Ganze mit der selektierten Filtrationsnutzung? Dass halt nur die Filtration benutzt wird, die auch wirklich gebraucht wird. Ihr jetzt am Anfang werdet alle Filtrationen natürlich anhaben. Ja, permanent oder ihr werdet sie anschalten, wenn ihr filtrieren wollt. Wenn natürlich hier keine Gase drin sind, braucht das Ding auch nicht filtrieren. Das ist das, was ich in meinem LP gebaut habe. Ich habe hier einen Analyzer drin, der einfach nur den Druck misst. Und wenn in diesem Rohr kein Druck ist, dann wissen wir, da ist auch kein Gas drin. Und dann müssen wir sie auch nicht filtern. Also sind die Filtrationen aus. Die Filtrationen gehen nur dann an, wenn hier ein Druck im Rohr ist. So, jetzt haben wir stellvertretend für den Maß hier die vier Gase drin. Und die wollen wir jetzt mal rausfiltern. Und der Vorteil an dieser parallelen Version ist, dass quasi jeder Filter nur das Gas aus der Pipe entfernt, für das er gebaut ist. In dem Fall können wir ja mal gucken. Wir haben jetzt hier folgendes drin. 385 Mol CO2. Und wenn ich jetzt die O2-Filtration anmache, hier unten, Entschuldigung, ich wollte natürlich O2 sagen. Dann sehen wir, O2 ist rausgefiltert. Es ist weg. Das O2 ist verschwunden. Es gibt kein O2 mehr in diesem Rohr. Und wo ist das O2? Natürlich hier im Tank. 15 Mol, 15,6 Grad und fertig. Und dann haben wir in diesem Rohr natürlich noch X. Wir gucken mal CO2. CO2 wäre das nächste. 385 Mol CO2. Also schalten wir die jetzt an. Gucken wir hier drauf. Und ihr seht, nur das CO2 ist raus. Und es ist schon weg. Das geht rucki zucki. Das CO2 ist natürlich dort im Tank. Was bleibt noch übrig? Es bleibt noch N2 und X über. Machen wir mal X als erstes. X ist auch schon weg. Können wir wieder ausmachen. Bleibt nur noch N2 über. Machen wir N2 an. Und das Rohr ist leer. So. Die ganzen Sachen sind natürlich hier in den Tanks gelandet. N2, X, CO2 und O2. Und ich möchte euch auch hier nochmal schnell etwas zeigen. Nämlich die Geschichte mit den isolierten Tanks und den nicht isolierten Tanks. Die isolierten Tanks werden permanent einen Temperaturaustausch machen mit ihrer Umgebung. Das heißt, wir haben jetzt aktuell draußen minus 59 Grad. Das seht ihr hier. Minus 60 Grad. Und die Temperatur des kleinen Tanks wird jetzt immer weiter fallen. Dadurch fällt natürlich auch der Druck. Ist ja klar. Ihr wisst ja Physik und so. Gase, die man abkühlt, die ziehen sich zusammen. Ja, die werden haben weniger Volumen. Und dadurch fällt natürlich auch der Druck. So. Und da seht ihr, das passiert jetzt hier. Ja, die Temperatur fällt von dem CO2. Und das ist natürlich für unser Greenhouse total blöd. Denn im Greenhouse wollen wir ja stabile Temperaturen haben. Also, was macht man? Man nimmt einen isolierten Tank. Dieser isolierte Tank, wie ihr seht, bewegt sich gar nicht. Der hat 6,14. Und ach, jetzt hat er sich ja doch bewegt. 15,5, 15,4. Aber Chris, du hast doch gerade gesagt, da passiert nichts. Das ist so ein isolierter Tank. Da kann doch gar nichts passieren. Doch, da kann was passieren. Denn, ihr habt es wahrscheinlich schon rausgefunden. Na, warum bewegt sich hier die Temperatur? Warum fällt die auch? Minus 72 Grad Außentemperatur. Warum bewegt sich die Temperatur in dem isolierten Tank? Die darf sich nämlich nicht bewegen. Die müsste stabil bleiben. Na, wer weiß es? Na? Ja, richtig. Wegen diesem Stück Rohr hier unten. Dieses Stück Rohr gibt Wärme an die Umgebung ab. In dem Fall die Energie dieses Tanks. Diese Temperatur, es ist zwar langsam, weil die Oberfläche hier ja nicht so groß ist. Aber sie gibt die Temperatur an die Umgebung ab. Und das ist etwas, was ihr bei der Filtration auch wissen müsst. Ja? Denn, ihr wollt ja teilweise stabile Gase haben. Ein Beispiel. Ihr wollt Sauerstoff. Habe ich jetzt hier gerade keinen. Na doch hier Sauerstoff. Und H2, also Wasserstoff. Die beiden Gase wollt ihr möglichst niedrig temperiert haben. Denn wenn die zusammen in einem Gasmixer gemischt werden und zu eurer Furnace transportiert werden, dann könnten die sich im Rohr selbst entzünden. Ja? Wenn beide also, ich glaube, über 21 Grad sind, dann entzünden die sich im Rohr und es gibt eine Combustion, also eine Verbrennung. Und dann würden eure Rohre platzen. Das ist auch etwas, was vielen Leuten bei der Filtration passiert, dass ihre Tanks oder ihre Rohre explodieren. Und die Leute fragen sich, warum ist das so? Es ist folgendermaßen. Wenn ihr Sauerstoff und Wasserstoff zusammentut, das ist ein verdammt brennbares Gas. Und wenn ihr das über 21 Grad erhitzt, dann entzündet sich das selbst. Und dann verbrennen eure Pipes und dann explodieren eure Tanks. Also aufpassen. Und deswegen wollt ihr diese Gase hier in solchen Tanks haben. Und ihr seht, die Temperatur fällt weiter. 15,3. Der ist schon bei minus 72 Grad. Da drin, minus 7, minus 72 ist natürlich die Welt. Und der hier hat nur 15,2. Aber er fällt auch. Und jetzt machen wir mal die Probe auf das Exempel. Ich bin ja hier in der, wie sagt man, in der kreativen Welt. Das heißt, wir können jetzt hier mal ganz schnell die Pipes hier mal tauschen. Jetzt müssen wir die hier nochmal schnell zurücknehmen hier. Und dass wir die hier aufnehmen können. Und wir nehmen mal die isolierten Pipes. Und stecken die da mal dran. Dann packen wir die Schlüssel wieder weg. Packen das hier wieder weg. Packen das wieder weg. Machen alles zu. Ihr könnt übrigens die Ö-Taste, nicht O, die Ö-Taste drücken. Ja, dann geht alles zu. Und ihr seht, 15,2 Grad Celsius. Und diese 15,2 Grad Celsius, die müssten theoretisch jetzt da stehen bleiben. Auch wenn wir draußen minus 60 Grad haben. Denn der Tank kann jetzt keine Temperatur mehr abgeben, weil die Rohre isoliert sind. Ja, und dementsprechend isolierte Rohre geben keine Wärme ab und nehmen keine auf. Was ihr aber machen könnt mit isolierten Rohren, wenn ihr Wärme abgeben wollt, ihr könnt hier seine Radiatoren nehmen. Die Radiatoren, wenn man hier die drauf steckt, dann gibt auch das isolierte Rohr Wärme ab. Ja, das ist auch wichtig zu wissen. So, gucken wir mal. 15,2 Grad. Alles ist schicky. Alles bleibt so, wie es ist, wie ich es euch erzählt habe. Ja, also es ist nicht nur die isolierte Tank, den ihr dann verwenden müsst, sondern auch die isolierten Rohre. So, das ist das Nächste. Das, was wir jetzt als nächstes probieren wollen, ist, wir wollen mal simulieren, dass wir Gase verbrennen. Denn in dem Fall wollt ihr ja bestimmte Gase haben, wie zum Beispiel X. Und eher das jetzt alles aus der Atmosphäre rauszieht, dauert das natürlich Stunden lang. Weil X ist so wenig in der Luft drin, in der Marsluft. Oder ihr habt zum Beispiel ein Planet, wo gar kein X in der Luft ist. Dann müsst ihr die Gase ja irgendwo anders herbekommen. Und das geht durch die Verbrennung oder durch das Schmelzen von Stoffen. Ja, von Eisen, was weiß ich, keine Ahnung. Jedes Eisen oder jedes Mineral oder, naja, nicht Mineral, jedes, wie heißt denn das in Deutsch? Naja, wir nennen es Mineral, also Eisen, Kupfer, Silizium und so weiter. Jedes von denen gibt entsprechende Gasmengen ab, in entsprechend anderer Konzentration und Zusammensetzung, wenn ihr sie schmelzt. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Wir werden jetzt mal hier Trick 17 machen und werden jetzt mal hier den Ofen mal schön anheizen. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, dann machen wir jetzt hier mal, wir drücken mal R und sagen mal, wie viel war jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5. Die schmeißen wir mal, ach nee, die müssen es andersrum machen. Ja, Entschuldigung, wir müssen erst das Oxide reintun. Löffet ihr nicht vergessen. 1, 2, 3, machen wir 3. 3 sind okay. So, schmeißen wir die hier rein. Dann geben wir die hier wieder zurück. Und wir aktivieren mal die Furnace. So, dann müsste da jetzt was drin sein. Ja, da ist ein bisschen Druck drin. Alles klar, Tür ist wieder auf. Wir nehmen die 5 Wolle-Teils, schmeißen die auch noch da rein und zünden den Ofen mal. So, der Ofen ist jetzt gezündet. Und der Ofen gibt jetzt auch Temperaturen ab und der hat auch einen Druck. Wir haben aber hier hinten einen Hahn dran, das heißt der Hahn ist zu. Und jetzt gucken wir uns mal an, was in dem Rohr passiert. Und da seht ihr, beim reinen Verbrennen von Sauerstoff zu Wasserstoff, äh, Wasserstoff und, äh, also H2-Gas und Oxide entstehen 1200 Grad. Ja, 1200 Grad im Rohr und ihr seht, wir haben H2, wir haben O2, wir haben X und wir haben N2 und CO2. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir dieses Gas, dieses 1200 Grad heiße Gas jetzt in unsere Filtration einleiten, ja, dann hat dieses H2-Gas hier auch 1200 Grad oder jetzt nur noch 900. Und was passiert damit? Es könnte sich entzünden. Also aufpassen, ihr dürft nicht solche heißen Gase in eure, in eure Filtration bringen. Und dazu habe ich hier einen kleinen Tank aufgebaut und da leiten wir jetzt die Gase mal rein. Das heißt, die Filtration verliert ihre Gase, ne, der Ausgang geht hier lang, geht durch dieses Rohr, geht hier in den Tank rein. Und in diesem Tank, an diesem Tank angeschlossen, sind hier noch an demselben Rohrsystem, ähm, Radiatoren. Das heißt, dieser Tank verliert jetzt rapide an Temperatur, das heißt, wir kühlen mit diesem System einfach die Gase, die wir gerade aus unserer Furnace abgelassen haben, ja, die, ne, aus der Furnace raus, über diesen Hebel, gehen die in den Tank rein und werden über diese Radiatoren, weil das ja ein gemeinsamer Kreislauf ist, werden die jetzt gekühlt. Ihr seht auch, wie die Wärme hier so wegstrahlt, ne, seht ihr die Teile, die hier so wegfliegen? Und da seht ihr, das kühlt und kühlt und kühlt und kühlt und das ist toll. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, wenn der Tank also nicht mit 60 mAh aufgepustet ist, sondern möglichst weniger und die Gase schön gekühlt sind, dann könnt ihr sie gefahrlos, absolut gefahrlos, mit eurem, wir machen das mal so, gucken wir mal, ob die leer ist, naja, noch ein bisschen war da noch drin. Und dann könnt ihr sie gefahrlos eurer Filtration zuordnen, ja, also das meine ich, was ihr auch noch beachten müsst, wenn ihr die Gase aus dem Ofen hier benutzen wollt, und das solltet ihr auf jeden Fall tun, dann, also gerade auf Welten, wo ihr es nicht aus der Luft kriegt, und dann müsst ihr aber aufpassen, dass ihr nicht die heißen Gase einführt. Also macht ihr das so wie ich. Ihr habt einen Tank, der selber schon Wärme abgibt an die Umgebung und ihr habt einen Radiator, das Ganze natürlich draußen stehend, ne. Bei mir im Let's Play gibt es das auch als Waste-Gase-Tank, nennt sich das, und da gibt es auch eine kleine IC-10-Steuerung, die die Temperatur und den Druck überwacht. Und dann, wenn der Tank abgekühlt ist auf 30 Grad, dann werden die Gase automatisch der Filtration zugeordnet. Das könnt ihr auch im Let's Play gucken, müsst ihr mal die Titel ein bisschen durchfuchteln, ich weiß jetzt nicht, welches Video das ist, aber in meinem Let's Play gibt es ein Video darüber, wo ich zeige, wie ihr diesen Waste-Gase-Tank automatisieren könnt. Ja, dann könnt ihr einfach brennen mit der Furnace, und der Waste-Gase-Tank kümmert sich selbstständig um die Abgase, indem er sie abkühlt und sie, wenn sie kalt genug sind, dann mit einer Volumenpumpe Richtung Filtration pumpt. So, jetzt sind wir hier bei 150 Grad, da müssen wir noch ein bisschen warten, aber wie gesagt, die Furnace ist ja auch schon leer, hier ist kaum noch was drin, also sie hat natürlich noch ein bisschen Druck, ist ja klar, weil das ist ja hier immer alles noch verbunden, ja, es ist alles verbunden miteinander, deswegen ist auch in der Furnace noch derselbe Druck, der jetzt hier im Tank ist, 164 Kpa haben wir hier, und hier haben wir 162 Kpa, na klar, es kühlt ja noch weiter ab, weil, ja, wird ja kälter. So, jetzt sagen wir mal, bei 130 Grad reicht uns das, ich will jetzt nicht das Tutorial zu lang machen, ja, also werden wir jetzt hier mal schnell die Gase einleiten, das heißt, wir werden erstmal unsere Filtrationen alle anschalten, so, kann man natürlich auch automatisieren, und jetzt filtern wir die Sachen raus. Und ihr seht, der Tank wird jetzt leer, der filtert die ganzen Sachen schön raus, natürlich werde ich jetzt aktuell H2 nicht rausfiltern, weil für H2 haben wir ja keinen Filter gebaut, aber ihr seht hier, in dem Rohr ist immer noch H2, und die anderen füllen sich hier. So, ja, und da seht ihr auch, dass der isolierte Tank hier wunderschönen Temperatur jetzt annimmt, weil wir natürlich heiße Gase eingelassen haben, und da seht ihr eben auch, wenn ihr O2 auf dieser Temperatur lasst, und das dann zusammen mit H2 packt, fängt das sofort an zu brennen. Ja, ihr müsst also aufpassen, dass euer O2 kalt ist. Ihr könnt das Ganze hier auch noch länger kühlen lassen, das wollte ich ja jetzt nur mal so zeigen, deswegen habe ich es jetzt schon etwas eher gestartet, aber da seht ihr eben, alles andere wird rausgefiltert, außer H2, weil für H2 haben wir ja keine Filterstation gebaut. So, was wir jetzt auch noch machen können, wir machen jetzt hier mal die Filter wieder zu, wir machen das hier auch mal zu, und wir basteln jetzt nochmal etwas, und zwar, ich weiß nicht, ob man hier, naja, das funktioniert jetzt wieder nicht, das war das Problem, einmal, zweimal, so seht ihr zum Beispiel, wie man das halt auch, machen wir mal dreimal, so seht ihr zum Beispiel das auch, wie man das am Tage machen kann. So, jetzt zünden wir, das ist alles drin, klappe es wieder auf, und jetzt nehmen wir hier das Volatile-Teilz und sagen auch, eins abtrennen, zwei abtrennen, drei abtrennen, vier, fünf, Ofen läuft wieder, ja, gibt jetzt richtig Lack. So, jetzt machen wir schnell mal Eisen, sagen wir jetzt mal, Eisenohr, das nehmen wir jetzt mal auf und schmeißen das da rein, und lassen das mal zu Eisenbahnen schmelzen, ja, easy peasy, Eisenbahnen kann ja jeder herstellen, ist ja kein Problem, zack, schmeißen wir aus, haben wir hier Eisen, ja, soweit okay. So, jetzt haben wir hier drin natürlich entsprechende Gase, und jetzt seht ihr auch, dass beim Eisenschmelzen entsprechend auch wieder andere Stoffe entstehen, ja, wenn wir jetzt jetzt zum Beispiel mal, wir nehmen, oh, falsche Taste gedrückt, wir nehmen mal Silizium, Silikonohr, machen wir auch mal hier, so, da können wir jetzt mal hier Silizium verbrennen, also schmelzen, und bei jedem Schmelzen von irgendwelchen Metallen oder auch Verbindungen oder was auch immer ihr da so habt, entstehen entsprechend andere Gase in anderen Zusammensetzungen. Ihr seht, wir haben hier zum Beispiel schon 102 Mol X, ja, und diese Gase können wir natürlich wunderschön verwenden. Der Ofen brennt jetzt noch, wir könnten jetzt noch weitermachen, aber wir werden das Ganze jetzt hier aufmachen und werden das Ganze dem Kühlturm zur Verfügung stellen. Da seht ihr, 600 Grad sind drin. Ja, das ist natürlich schön vorbereitet hier fürs Tutorial, wenn man nichts isst vorher. Gut, jetzt haben wir was gegessen. Alles ist schicki, alles ist gut. So, und jetzt können wir diese Gase hier wunderschön kühlen, und wenn sie dann kalt genug sind, übergeben wir die Gase dann einfach der Steuerung wieder, also der Filtration, und wie gesagt, die freut sich dann natürlich über die Gase. Klar, jetzt haben wir hier aktuell noch 300 Grad H2 drin im System, weil wir natürlich kein, ähm, weil wir keinen H2-Tank haben, ja. Oh, ich sehe gerade, ich hatte den Hahn ja vergessen zuzumachen. Das ist natürlich jetzt schlecht. Jetzt sind die richtig heißen Gase hier überall drin, ihr seht's. Ja, das ist nicht gut gewesen. Also ihr seht, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, ja, dass das hier dann zu ist, damit die ganzen Sachen dann hier auch in Ruhe kühlen können, ja. Ja, 200 Grad, ja gut, jetzt egal, jetzt können wir das auch da reinlassen, ja. Gut, also habt ihr gesehen, wie es funktioniert? Filtration ist nicht so kompliziert, wie man das immer denkt. Ähm, ich lasse jetzt nur noch ein bisschen Marsluft hinterher, damit das ein bisschen abkühlt hier drin ist. Ja, ihr seht das auch, dann, dann kühlt auch der ab, ja, der isolierte Tank, weil wir natürlich kalte Luft von außen einblasen in den Tank, kalten Sauerstoff. Ja, so kann man Tanks halt auch abkühlen. Gut, habt ihr also gesehen, wie es funktioniert? So kann man Gase gewinnen, auch wenn man eben keine Marsatmosphäre hat, sondern man kann die Gase dann gewinnen über das Verbrennen der einzelnen, ähm, Sachen. Man könnte auch Kohle da reinschmeißen oder was auch immer. Man kann da alle möglichen Sachen reinschmeißen und jedes Mineral, jedes Erz, was ihr, äh, verbrennt oder schmelzt, gibt halt andere Gase ab und die könnt ihr damit dann sammeln, ja. Okay, das war's zum Thema Filtration. Ich, äh, hoffe, ich hab euch, äh, alles erzählt, was ihr wissen wolltet. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, könnt ihr die gerne unter das Video packen, in die Kommentare. Natürlich abonnieren, Daumen hoch, wisst ihr ja, davon lebt ja dieser Kanal, von Gemeinsamkeit. Und, ja, ihr könnt mir ja vielleicht mal Safe Games eurer Welten verlinken. Und, äh, dann gucken wir uns mal an, was ihr da so gebastelt habt. Ja, also, wenn ihr wollt, macht einfach mal, äh, von eurem Safe Game. Das könnt ihr als WorldSafe hochladen bei Steam in den Workshop. Und dann können wir uns den mal angucken, hier in einem Video. Das würde mich wirklich mal interessieren, was ihr so gebaut habt und was ihr möglicherweise von den Tutorials übernommen habt oder von meinem Let's Play. Ich bin da wirklich gespannt und, ähm, ihr schreibt mir immer wieder, dass ihr irgendwelche Sachen von mir ausprobiert habt. Das macht mich sehr stolz, das macht mich sehr glücklich, vielen Dank. Und, äh, ja, so haben wir gemeinsam Spaß an Stationiers, ne. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, euer Chris.